so hallo zusammen freuen uns schon mal sehr dass wir wieder so viele zuschauer haben obwohl es diesmal eine mittwoch stattfindet versprechen aber das nächste mal wird wieder auf den donnerstag fallen genau wie immer geben wir allen möglichen nachzügler noch mal eine minute bis sie sich einfinden in der zwischenzeit alex stellen wir noch mal in zwei sätzen vor wer wir sind möchtest du anfangen sehr gerne ja mein name ist alexander geibig ich bin gründer und geschäftsführer von alpha affinity wir sind darauf spezialisiert daten aus verschiedensten öffentlichen aber auch nicht öffentlichen quellen zusammenzutragen aufzubereiten und diese dann konsolidiert zur verfügung zu stellen so dass dann andere unternehmen aus diesen daten analysen erstellen können diese daten in anwendungen verbauen können allgemein eben ki und analytics anwendungen damit speisen können und genau wir sind datenpartner building radar und alpha affinity und daraus ist die idee für diesen webcast entstanden so ist es sehr cool dann ganz kurz noch zu mir lauren skaldhof ist mein name ich bin hier teil der geschäftsleitung von building radar hauptverantwortlich für den bereich customer success das heißt wenn einmal kunden mit unseren daten arbeiten kriegen sie da eben nicht vorgesetzt was wir hier in quasi meter ansicht und anschauen sondern das sind wirklich einzelne projekte die wir passend an ihre anforderungen an sie schicken und ihnen dann helfen die schwere arbeit nämlich diese informationen zu verkaufschancen zu entwickeln sie dabei unterstützen und zielgerichtet auf ihren umsatz in arbeiten in dem sinne ich sehe zwar das immer noch mehr in den warteraum kommen aber alex würde sagen wir legen los wie immer das ganze format lebt natürlich auch ein bisschen von ihrem input wenn sie fragen haben stellen sie die gerne zwischendrin oder heben sie die hand dann schalten wir sie frei oder auch im nachgang freuen wir uns sehr über ihre anregungen per e mail oder sonstige kanäle linkedin und co wenn sie damit uns kontakt aufnehmen möchten genau fangen wir an also wie immer unser überblick bei dem wir high level auf die dachregion schauen und ja das ist so ein bisschen wie murmeltiertag weil wir hier eigentlich jedes mal das gleiche erzählen müssen leider weil sich dieser trend ja einfach immer weiter fortsetzt wir sehen wirklich diesen abschwung nach dem 2021 hoch in den bauprojekten und ja sehen da bisher zumindest auch keine trend wende leider ganz und gar nicht hatten ja mal im juni gehofft dass das vielleicht so langsam sich ein bisschen verlangsamt dass diese abschwächung das gegenteil ist leider der fall gewesen ja gibt es tatsächlich glaube ich mehr zu berichten was wenn ich schon vorher gesagt hätte genau werden aber noch mal noch mal etwas darauf eingehen auch hier ähnlich ähnlich ähnliches bild für die für die kategorien also ja da da sehen wir das eigentlich alle von uns hier betrachteten kategorien zurückgehen und wir keinen wirklichen keine kategorie haben die dem wirklich standhält wir hatten ja das letzte mal sehr intensiv auch über den wohnbau gesprochen hast du jetzt hier ja auch offen quasi mit dem bauzins ja das ist wirklich einer der am stärksten betroffenen sektoren beim büro hatten wir ganz kurz die hoffnung dass da vielleicht ein bisschen normalität irgendwie wieder einkehrt oder eine ein rebounds zurück auf die auf die ursprungslinie da auf die eins aber leider auch nicht wie wir hier sehen er noch mal einen stärkeren abfall seit unserem letzten webcast ja ja genau genau du hast es gerade schon angesprochen auch ja unsere standard charts mittlerweile zum einen eben der erzeuger preis index weil er einfach in der letzten zeit sehr große rolle gespielt hat und der bauzins zum bauzins da haben wir jetzt wieder einen kleinen rückgang dieser ja die die das ist natürlich global alles sehr stark korreliert jetzt gibt es teilweise die hoffnung in den usa am markt dass die fed etwas langsamer die zinsen erhöhen wird oder vielleicht sogar sogenannte pivot wieder wieder lockern wird weil eben jetzt so stark der effekt der der restriktiven geldpolitik zu spüren ist ja schauen wir mal auch wie sich natürlich die inflation entwickelt wir sehen einen kleinen rückgang hier beim erzeuger preis index wo der herkommt schauen wir uns gleich noch an lasst uns schnell weitergehen ich glaube da kommen die großen ins auf den auf den nächsten folien genau und zwar die die preisentwicklung im detail wenn sie vor einem jahr bei unserem ersten gemeinsamen webcast schon dabei waren dann da haben wir genau das auch uns angeschaut die die preisentwicklung aufgeschlüsselt nach den damals nach den kategorien mit den größten preissteigerungen ich habe sie einfach noch mal die gleichen kategorien übernommen die seh das sind die bunten linien und habe das ganze auch mal ja habe da die 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 projektentwicklung für deutschland drüber gelegt die wir gleich als allererstes gezeigt haben dazu gleich mehr vielleicht als erstes was natürlich sehr sehr deutlich ist energie also die blaue linie die hellblaue linie erdöl und erdgas sowie die energieversorgung also der unterschied ist das blaue sind die rohstoffe das grüne ist dann das was tatsächlich am energiemarkt ankommt also so der 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 strom vor allem die haben in der vergangenheit den größten anteil dieser preissteigerung ausgemacht und was wir jetzt eben sehen ist wir bei der energieversorgung ein leichter rückgang ich glaube beim letzten mal da haben wir das ja schon mehr oder weniger vorausgesagt was jetzt kein großes hexenwerk war wir haben uns einfach den strompreis an der börse angeschaut und haben da schon gesehen es hatte sich wieder normalisiert deswegen weil es dieser dieser rückgang zu erwarten und bei deswegen jetzt auch so der leichte rückgang des des gesamtindikators und auch für die anderen güter hier hat sich sagen wir so eine so eine plateau bildung eingestellt das heißt wir haben jetzt in den letzten zwei drei und letzten monat können wir noch nicht sagen aber die august juli august september keine größeren preissteigerungen mehr gesehen genau plateau ist glaube ich das stichwort du hattest es ja gerade schon angesprochen wir große befürchtung oder sorge die wir halt haben ist dass das wahrscheinlich nicht wieder auf vor krisenniveau zurückfallen wird sondern halt dann auf weiterhin hohem niveau stagniert hängt natürlich auch so ein bisschen von zinspolitik und unseren notenbanken ab aber eben nicht nur also wir haben wir gleichzeitig auch noch den krieg in der ukraine der natürlich auch eine menge rohstoffe blockiert genauso wie die situation in china auf die wir glaube ich später noch mal sehr viel mehr zu sprechen kommen die da einfach leider nach wie vor wieder ein bisschen mehr druck auf die lieferketten bringen ja genau genau und es ist ja auch so das ist allgemein es ist ja allgemein so dass inflation generell in wellen kommt das heißt weil es ja verschiedene effekte sind manche effekte finden stärker statt wie jetzt zum beispiel dieser schock durch die energiepreise aber auch durch die sehr starke nachfrage die steigerung und die die lieferketten probleme und das setzt natürlich etwas in gang und die unternehmen wissen jetzt okay wir haben jetzt höhere preise bekommen wir konnten vielleicht zahlen höhere preise wir konnten vielleicht nicht alles schon durchsetzen an oder weitergeben an preissteigerung das heißt jetzt wird trotzdem versucht weil es natürlich alles auf die margen ging wird wahrscheinlich trotzdem versucht okay wo können wir noch was rausholen und dann haben wieder die 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 bürger die verbraucher weniger geld in der tasche wollen wieder höhere lohnabschlüsse ja das heißt da ist ist glaube ich erst mal eine pause aber schauen wir mal wie es weitergeht und interessant ist ja auch wenn wir das ganze das haben wir damals ja schon gemacht wenn wir das vergleichen mit der projektentwicklung und da sieht man ja sehr deutlich eben diese korrelation korrelation kausalität ist natürlich immer schwierig das hatten wir in der vergangenheit die auch schon aber es ist ja schon sehr sehr deutlich und wir sehen sie auch empirisch dass einfach diese preissteigerung zu sehr großen problemen geführt haben und ja gut ich glaube die kausalität hier ist sogar einigermaßen klar erkennbar das bauaufkommen wäre wahrscheinlich deutlich höher hätten wir diese ganzen probleme nicht insofern ist das klar wäre es nicht so eine taurige situation würde ich mich darüber freuen wie schön diese korrelation hier auf der abbildung aussieht aber ich glaube das überspringen wir mal gerade an der stelle das stimmt jetzt gehen wir mal weiter so ein bisschen leistungsabfall am computer das heißt wenn es etwas ruckelt bitte sehen sie es mir nach genau weiteres sehr spannendes thema auftragseingang haben wir ja jetzt bewusst erst mal nicht angeschaut einfach weil die daten mit verzug rauskommen wir hatten ja im märz also jetzt sehen wir erstmal hier natürlich den deutlichen rückgang werden hier sehr starke schwankungen werden natürlich so dieses dieses tief was üblich ist am jahresanfang wir hatten aber auch dieses ja die diese sehr großen die sehr große spitze und wenn sie sich erinnern wir haben es glaube ich damals auch im webcast gesagt das war so dieser dieser vorgriffseffekt den wir gesehen haben weil klar war die zinsen werden sich erhöhen viele leute haben noch schnell einen kredit aufgenommen vielleicht auch angesichts der preissteuerung gesagt okay gut wir müssen uns beeilen und und dann da wurde da eben vorgegriffen und jetzt sehen wir das ist jetzt da wurde natürlich auch was von vom späteren zeitpunkt weggenommen aber wir sehen jetzt schon deutlichen deutlichen rückgang und wir haben zwar noch gute lage aber ja das ja das auch wirklich was ganz interessant ist also dass der bestand das geht ja auch aus den daten von ifo und dem statistischen bundesamt hervor dass die auftrags bestände noch relativ solide ausschauen das ist auch was wir durchaus von unseren kunden hören allerdings aufgrund eben dieses rückgängigen auftragseingang ist die polster am schmelzen sind dementsprechend auch da die sorge groß ist wo die denn in zukunft herkommen sollen jetzt natürlich einige von unseren kunden auch hier in den in den teilnehmern falls sie noch kein kunde sind und das ein relevantes thema für sie ist dann melden sich gerne im nachgang bei mir kann ich ihnen gerne einmal zeigen was bildinger da machen kann um die dabei zu unterstützen vielleicht nicht ganz so sehr diese abschwung mitzunehmen ja es ist aber das wirklich also ohne jetzt ohne die werbung ich denke das wird ganz entscheidend sein wir hatten wir haben jetzt wir sehen werden aller wahrscheinlichkeit nach immer natürlich der disclaimer dass wir nicht in die zukunft schauen können aber wir sehen jetzt wirklich ein regimen wechsel von sehr viel nachfrage eigentlich ja wie wie ein unerschöpflicher pool an nachfrage die frage ist wie kann man diese nachfrage bedienen und wer und jetzt das wird sich ändern wir werden im besten fall wird sich das ganze wieder normalisieren im schlechtesten fall eben starke rezession kämpfen um jeden auftrag und ich glaube wer sich schnell umstellen kann auf dieses neue regimen der wird am besten am besten da durchkommen und wer das nicht schafft der wird große probleme haben also ich glaube und das da ist wirklich die lösung von building radar glaube ich ein sehr sehr gutes tool genau noch was spannendes wir bringen auch immer so ein bisschen mit was wir so sehen neue reports von anderen organisationen die veröffentlicht werden und in denen wir einen mehrwert sehen und dieses mal ist das vom rix institut und die machen eine erhebung regelmäßig zur stimmung auf den globalen immobilienmärkten und was sie hier sehen sind die werte für für europa und was wir da deutlich sehen ist eben eine eintrübung der stimmung und das ist natürlich sehr wichtig die wesentlichen nachfrage natürlich der der baubranche sind investoren sind organisationen und und natürlich auch privat leute die immobilien bauen möchten kaufen möchten indirekt und deswegen ist es natürlich ganz entscheidend und die nennen auch vor allem eben die inflation und die steigenden zinsen als die wesentlichen treiber des ganzen dieser dieser negativen stimmung und sehen vor allem bei den ja hoch bewerteten märkten erwarten die eine deutliche konsolidierung und da zählen natürlich auch deutschland dazu das ist natürlich ein ganz wesentlicher punkt also zum einen was natürlich wenn man sich die grafik anschaut sehr stark ins auge fällt ist dass der einbruch wegen corona wirklich fast so tief war wie zur finanzkrise vor gut zehn jahren und dann aber auch was jetzt dann quasi erst nach einer schnellen erholung aussah wieder in den keller zu stürzen droht einfach aufgrund der eingangs schon angesprochenen herausforderungen das ist ja wirklich interessant oder auch so ein bisschen beängstigend zu sehen das weiter begleiten und das zweite was du gesagt hat ist eben diese hohe bewertung wenn wir uns ja auch anschauen wie quasi bei geld und fiskalpolitik seit der finanzkrise alle schleusen geöffnet wurden zinsen in den keller und sogar negativ gegangen sind und dann investiert wurde und ich glaube man sieht das ganz gut auch an den immobilienpreisen vor allem in den großen städten wie weit die sich entkoppelt haben von der mietrendite die darüber zu erwirtschaften ist hast du ja wirklich eine ganz schöne ganz schöne indikation dafür wie groß diese diese überbewertung ist wahrscheinlich heißt das halt wenn wir auch diesen einbruch sehen dass eben bis da eine angleichung wieder stattfindet ein sehr schmerzhaftes tal durchlaufen werden muss ich glaube das gilt genauso für den gewerblichen sektor ja dass wir da wieder zu einem niveau finden was unterm strich eigentlich alle eine ganze ecke ärmer gemacht hat ja absolut absolut es sind ja immer immer verschiedene faktoren die da eine rolle spielen und die sich dann auch gegenseitig verstärken können gerade so die 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 bewertungen sind unter anderem deswegen so stark gestiegen weil natürlich der risiko wer bwl hatte dem kommt das sicherlich bekannt vor der risikolose zins sinkt je stärker er nahe null sinkt desto stärker überproportional stärker wächst eben der bewertungsbetrag weil weil die zukünftigen cashflows höher bewertet werden gleichzeitig ist natürlich auch ein niedrigerer kreditbetrag sorgt dafür dass man mit dem gleichen eigenkapital größere größere kreditvolumina bekommt und wenn dann natürlich auch noch die wirtschaft gut läuft oder sie zumindest aussieht als würde sie gut laufen viele unternehmen unternehmen gewinne einfahren privatpersonen gute einkommen haben dann sind es natürlich verschiedene faktoren die sowas treiben und wenn es dann wenn wenn dieses wenn wenn sich dieses klima dann wieder verändert die zinsen steigen dann bricht nicht nur einer dieser faktoren weg sondern eben gleich gleich alle und deswegen ja kann es doch ganz schnell auch gehen also das dass sich das verändert und dass es auch wirklich spürbar ist genau das waren diesmal auch schon die die daten beziehungsweise die grafiken weil ja wir wollten auch noch einmal ein bisschen auf auf den ausblick eingehen ich glaube das ist ganz wichtig es ist weiterhin ja große ungewissheit wir es ist immer schwierig wer macht prognosen wer 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 prognostiziert ob es eine rezession gibt oder nicht viele die da die man immer ganz stark wahrnimmt lagen jetzt auch nicht so unbedingt so richtig mit ihren prognosen in der vergangenheit es deutet sehr viel darauf hin dass nächstes jahr wirklich ungemütlich wird natürlich alles wieder davon abhängig wie wie die notenbanken sich verhalten aber eigentlich haben die keine große wahl vielleicht können sie es ein bisschen abmildern aber wenn wenn dieser kurs jetzt revidiert wird dieser immer noch relativ leichten zinserhöhungen dann kriegen wir wirklich ein richtig großes problem mit der inflation ja du hattest es ja gerade schon angedeutet wir hatten uns ja eingang ein bisschen darüber unterhalten was wir hier erwarten aber gerade deutschland ist hier wirklich überproportional stark betroffen da sind wir uns ja beide einig einfach aufgrund der übermäßig stark gestiegenen energiepreise wir hatten es eingangs die deutschland ja extrem hart treffen plus nach wie vor dieser großen import abhängigkeit eigentlich was die ganzen rohmaterialien anbelangt glauben wir dass da die baubranche in den nächsten anderthalb zwei drei jahren wirklich nicht so viel zu lachen haben wird das ist da leider der düstere ausblick ja genau und auch wir haben es ja schon erwähnt die jetzt jetzt wird es spürbar ich habe jetzt auch eine umfrage gelesen die ist glaube ich auch ein bisschen durch die medien gegangen dass ungefähr ein drittel der deutschen nicht plant weihnachtsgeschenke zu kaufen weil sie kein geld haben das ist natürlich immer die frage was wie wie werden die fragen gestellt aber es zeigt ja glaube ich schon deutlich die leute merken das schon dass sie weniger geld haben jetzt schauen wir mal nach dem winter wenn die wenn die nachzahlungen gekommen sind wenn gegebenenfalls noch noch weitere erhöhungen gekommen sind lebensmittelpreise sind deutlich spürbar das heißt ich denke je weiter wir jetzt voranschreiten desto mehr werden viele menschen merken das geld wird weniger und das wird man in der wird man im konsum merken und das wird sich auch eben wahrscheinlich bei der in der baubranche doch deutlich bemerkbar machen weil privatpersonen weniger geld haben aber durch die gesunkenen konsumausgaben natürlich auch unternehmen und genau und das haben wir gerade erwähnt und auch wie schon wie schon gesagt der der rückgang der inflation sollte man sich jetzt nicht zu sehr zu sehr darauf ausruhen es tritt meist in wellen auf und es gibt auch durchaus noch mehr potenzial des zu weiteren dass es weitere schocks gibt im markt und da ist halt das sind wieder diese sogenannten white swan events im gegensatz zum black swan jetzt nicht unbedingt erwartete ereignisse aber aber doch sehr gut mögliche ereignisse und das ist natürlich geopolitische spannungen steht da ganz hoch auf der agenda allowance das schon erwähnt china ist jetzt nicht so präsent in den in den medien denke ich aber da passiert gerade passieren gerade dinge die seit 30 jahren nicht passiert sind und auch wenn das jetzt nicht auch wenn ich davon davon auszugehen ist dass diese proteste aber jetzt dieses land dann wirklich in der revolution münden weil der chinesische apparat ist natürlich sehr stark auf die unterdrückung ausgerichtet insbesondere jetzt seit corona aber auch ein niederschlagen das ist ja nicht mehr nicht mehr das china von vor von vor 50 jahren aus maus zeiten wo nur leute auf dem feld arbeiten mussten ganz vereinfacht gesagt es ist ein hightech produktionsstandort das sind leute die sind gut ausgebildet die lassen jetzt auch nicht alles mit sich machen das thema ist halt auch das werden wir insofern halt wieder auch zu spüren bekommen als dass wir nach wie vor also semi geöffnete häfen haben und möglicherweise halt auch dadurch wieder dann ja neue drücke auf die lieferketten entstehen die vielleicht jetzt noch gar nicht so sehr absehbar sind wahrscheinlich sind es erstmal nur die iphones würde sagen das kann jeder noch verschmerzen wenn es dann auf einmal um wichtigere vorprodukte geht sieht das thema ein bisschen anders aus sind wir mal gespannt ja und auch hier wieder eigentlich wichtiger exportmarkt und auch ein exportmarkt der schwächeln das heißt es geht es eine doppelte belastung sowohl es fehlen den unternehmen sowohl die güter das merken sie wahrscheinlich alle aber auch den den produktionsunternehmen in deutschland die zum beispiel nach china exportieren die vielleicht weniger absetzen die das ist natürlich dann auch wieder spürbar und wenn die wenn da die einnahmen zurückgehen dann wird man sich eben überlegen wo investiere ich mein geld das wird dann halt vielleicht nicht da wird dann halt der neubau der firmen zentrale verschoben das ist das problem dass da nicht aus acht gelassen werden darf genau abschließend ja es sieht wirklich so aus als würden die probleme erst noch kommen global gesehen schauen wir wie sich wie sich weiterentwickelt deswegen ich denke es ist wichtig vorsichtig zu sein risiken mit bedacht einzugehen vielleicht doch lieber ein größeres polster an liquiden mitteln vorhalten als als jetzt zu versuchen jede potenzielle investitionsmöglichkeit auszuschöpfen so wie es vielleicht noch die letzten jahre war wie gesagt regime wechsel ich glaube ja risk of wie man so schön sagt am kapitalmarkt das war's sehr gut sehr gut ich hoffe dass wir da wieder ein bisschen licht in die finstern ist das glaube ich die falsche analogie ein bisschen erhellung bringen konnten was diese daten anbelangt wie gesagt wir haben ja noch ein paar minuten nutzen sie die zeit gerne für fragen oder wortmeldungen dann schalte ich sicher sehr gerne frei alternativ natürlich auch immer ihr feedback möchte natürlich auch gerne besser werden was auch immer wir für sie noch tun können oder herausfinden können schreiben sie uns das gerne oder wie gesagt per wortmeldung auch dann werden wir das immer genauer unter die lupe nehmen einen webcast haben wir noch geplant für dieses jahr das wird irgendwann unsere weihnachtsedition werden spätestens da freuen wir uns wieder sie bei uns zu begrüßen ich will gerade mal über fragen haben noch keine darum wie gesagt wenn es noch irgendwelche themen gibt die sie entweder in retrospektive oder auch im ausblick aufs kommende jahr nochmal besonders interessieren sagen sie uns das gerne ansonsten werden wir uns nochmal überlegen was wir da für vorbereiten können um das entsprechend das letzte ja auszuleuten und das nächste noch mal ein bisschen genauer zu betrachten ich glaube so ein kleiner breakdown nach einzelnen industrien könnte hier nochmal ganz spannend sein gut aber in dem sinne herzlichen dank fürs zuschauen wir freuen uns auf in einem monat und bis dahin halten sie die ohren steif bleiben sie optimistisch bis bald herzlichen dank bis dahin